Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf die Diongi Pinguino Pack EM82, eine mobile Klimaanlage, die auf Amazon erhältlich ist und für Räume bis zu 80 Kubikmeter geeignet ist. Mit einer Kühlleistung von 9400 BTU und einer Leistung von 2,4 Kilowatt verspricht dieses Gerät, ihr Zuhause auch an den heißesten Tagen angenehm kühl zu halten. Doch hält es wirklich, was es verspricht? Bleiben Sie dran, um es herauszufinden. Beginnen wir mit den Hauptmerkmalen dieses Geräts. Der Diongi Pinguino Pack EM82 ist nicht nur eine Klimaanlage, sondern auch ein Luftentfeuchter und Luftfilter. Das bedeutet, dass es nicht nur die Temperatur in ihrem Raum senkt, sondern auch die Luftqualität verbessert, indem es kleine Schmutzpartikel herausfiltert. Mit einer Entfeuchtungsleistung von bis zu 43 Litern in 24 Stunden ist es besonders effektiv in feuchten Umgebungen. Ein weiteres Highlight ist die Energieeffizienzklasse A, die sicherstellt, dass sie ihre Stromrechnung im Griff behalten. Das Gerät verfügt über einen 24 Stunden Timer, sodass sie die Betriebszeiten genau nach ihren Bedürfnissen einstellen können. Die Bedienung ist kinderleicht, entweder direkt am Gerät oder über die mitgelieferte Fernbedienung. Dank der Griffe und Rollen ist das Gerät leicht zu bewegen und kann ohne Montage sofort verwendet werden. Jetzt zu den praktischen Erfahrungen. Jan K. aus Deutschland gibt dem Gerät 5 von 5 Sternen und lobt die einfache Bedienung und die effektive Kühlleistung. Erhebt besonders die leise Betriebsweise hervor, die es ermöglicht, das Gerät auch nachts zu nutzen. Da Britta, eine weitere Nutzerin, gibt 4 von 5 Sternen und erwähnt, dass die Installation einfach war, aber die mitgelieferte Fensterhalterung nicht optimal für deutsche Fenster ist. Sie schätzt die niedrige Geräuschentwicklung, bemerkt jedoch, dass der Kompressor und die Vibrationen bei niedriger Lüfterstufe deutlicher hörbar sind. Carsten Ernst, der das Gerät ebenfalls mit 5 Sternen bewertet, ist begeistert von der Kühlleistung und der Langlebigkeit des Vorgängermodells. Er bemängelt jedoch, dass der Abluftschlauch im Vergleich zum Vorgängermodell größer ist, was Anpassungen erforderlich machte. Christine Heinermann ist ebenfalls sehr zufrieden und lobt die schnelle Lieferung und die effektive Kühlung. Sie nutzt die Silent-Funktion, um das Gerät auch nachts laufen zu lassen, und ist beeindruckt von der leisen Betriebsweise. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt bietet der Diongi Pinguino Pack EM82 eine hervorragende Kombination aus Kühlleistung, Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit. Während einige Nutzer kleinere Anpassungen bei der Installation vornehmen mussten, überwiegen die positiven Erfahrungen deutlich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Diongi Pinguino Pack EM82 eine ausgezeichnete Wahl für alle ist, die eine leistungsstärke und effiziente mobile Klimaanlage suchen. Mit seiner vielseitigen Funktionalität und der einfachen Bedienung ist es ideal für den Einsatz in verschiedenen Räumen. Wenn Sie also auf der Suche nach einer zuverlässigen und effektiven Lösung zur Klimatisierung Ihres Zuhauses sind, sollten Sie dieses Gerät in Betracht ziehen. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren und das Produkt auf Amazon zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Reviews zu verpassen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!